So, Freunde, wir gehen mal rein, Bro. Wir haben heute 82 Anträge zu bearbeiten. Ich werde versuchen, jeden Antrag hier durchzuackern. Das wird wahrscheinlich auch als Upload reinkommen. Deswegen, Freunde, willkommen im neuen Video. Heute bearbeiten wir Entbarnungsanträge mit Khan zusammen. Starten direkt rein, Bruder. So, also, wann ist das? Gesperrt am 14.12.2020. Was hat er bitte geschrieben, Bruder? Also, NBA, 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 Steph Curry, Fallan, Philan, Ton ist da, Bruder. Sag einmal Jimmy, Jimmy, ja, Bruder. Und dann wurde er von Can. Can, warum hast du ihn gebannt, Digga? Wallah, Adam, ich hab's gemacht. Um 5.19 Uhr wurde er gebannt, Bruder. Ich zeig dir, warum. Can hatte höchstwahrscheinlich schlechte Laune und hat seine Frust an ihn rausgelassen. Er hat gar nichts gemacht, Bruder. Er hat nicht beleidigt. Er hat nicht beleidigt, Bruder. Sperre auf ihm, oder? Ja, ja. Ja. Annahme senden, so, okay. Was ist hier passiert, Bruder? Outdemo League Show. Adam sind Oggi-Jackson, Oggi-Sessjog, F, Geldi. Kuba hat dich abgeholt. Also, wahrscheinlich irgendwas von GTA. Ob du es bitte checkt, kennen die nicht, Geldi. Hei da. Gebannt von Sergio. Sergio, ich sag dir ehrlich, Digga, einen Timeout hätte es ja auch getan. Warum warst du so hart zu ihm, Bruder? Guck mal, er hat noch geschrieben. Ich wusste nicht, dass es verboten war. Sorry, man. Wird nicht vorkommen. Ich mag den Chat. Bann nicht. Er ist nett, Bruder. Er hat sich hier entschuldigt. Sergio, das war ein bisschen zu hart, Digga. Das sag dir ehrlich. Ich sperre auf ihm auf jeden Fall. Nein, er meinte, es ist nur gut eigentlich. Bruder, er hat mir einen guten Tipp gegeben. Salam, Ozan sagt gerade, dass er deine Mutter fickt. Das, Digga. Digga. Ich hab nur Spaß gemacht, aber auf Korrekt, Bruder, ich guck schon lange zu. Einen, Bro, das ist doch kein Spaß, Digga. Ich küsse doch deine Augen, Digga. Abgelehnt. Dann, Kind, abgelehnt, mein Bester. Und ciao. Jungs, ich hab mit dem Track paar Mal gehört. Hört ihr die Line of 07 an? Alle Kekse, die Sentino schreiben. Alle Kekse, die Sentino schreiben. Also erstmal Timeout von Fico, dann Timeout von Orhan und dann die Speche von Sergio, Bruder. Ohne, dass er dazwischen was gemacht hat? Nein, ohne. Bruder, er hat Uppercuts bekommen. Erst Fico, die erste Rechte, dann Orhan, die zweite Linke und dann Sergio, Kopfnuss, Bruder. Digga, Adam, mich beschämt man mich gemorren. Adam, mich beschämt man mich gemorren. Was macht ihr, Digga? Digga, hat gar nichts gemacht. Alle Waller, die haben mich aus den Händen genommen, Bro. Weißt du, was ich manchmal denke? Wenn die Mots einen schlechten Tag haben, Digga, dann kommen die und die lassen ihren Frust am Chat aus. BAN. 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 10 Millionen, dann BAN. Der Name gefällt mir nicht. Der Name gefällt mir nicht. Der Name gefällt mir nicht. Der Keks ist auch ne Bläderdigung für Permaban, ne? Digga, hab den gef***t. Ach, bei Mustafa kommt zurück. Digga, komm. Ich öffne den Käfig für dich, mein Bester. Annahme senden. Willkommen zurück. Ali47137. Wir küssen deine Augen, Adam Sinus. Folg mir auf Insta. Ali471. Bitte, bitte. Janun, bnimm's. Er schreibt noch. Es tut mir leid, Janun. Warte mal, warte mal kurz. Kann. 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 Ganz kurze Frage, Digga. Nicht du, Bruder. Ich sag immer Taksim, Bruder. Ich sag Taksim jetzt. Taksim. Taksim. Wieso bannst du den, Digga? Hanne, okay, er hat Insta-Werbung gemacht. Kein Problem. Gib ihm noch ein Time-Out über 10 Minuten. Warum bannst du ihn, mein Bruder? Ja, Werbung. Ja, okay, aber Werbung ist kein Permaban, Digga. Werbung ist ein Time-Out und dann guckst du, wer sich verhält und dann kannst du ihn bannen. Aber du nicht beim ersten Mal Werbung machen gleich Permaban, Digga. Das ist zu hart. Alle bannen Werbung. Kann. Ich bin nicht alle, Digga. Nicht bannen. Erstmal verwahren. Sperre auf, auf jeden Fall. Digga, nur wegen Insta-Werbung brauche ich ihn jetzt nicht zu bannen, Alter. Das geht doch nicht klar, Mann. So, Kadir. Cihan, Cihan geht nicht, vielleicht ist die Ampens, Hermalekium, Pride, Alo, Peachalter. Also, er hat erstmal einen Time-Out bekommen von Susmuş und dann hat die Kahn eisgelt gesperrt, Digga. Er schreibt, ich wusste nicht, dass man einen Time-Out bekommt, tut mir leid. Also, Digga, wenn... Aber wen meint er mit Peachalter? Ja, die Frage ist, wen meint er mit Peachalter? Es kann sein, dass ich in diesem Augenblick auf ein Video reagiere und er da die Person meint oder sowas. Selbst das ist nicht korrekt so. Kannst du dich an diesen Augenblick erinnern, Digga? Was war da los? War an dich. Okay, okay. Er sagt ja. Und... Ja gut, dann wird es hier abgelehnt, mein Investor. So. Der nächste Einfach-Murat. Salam Aleyküm. Ist der Stamm Aleyküm. Farouk das in Habs. Holt ihn raus. Der hat die Time-Out bekommen von Kahn. Dann wieder Time-Out. Dann meint er Sikik. 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 Und er meint er Sikik, Digga. Bak, dieser Sikik... Bayer, ich den solle, Digga, du war. Das hat er vor dem Herzen gesagt. Pardon. Wie führe ich dich mit dir, sorry? Jetzt sage ich aber nichts mehr über andere Streamer, sorry. Ach so, er hat irgendein Streamer gemeint, oder was? Ja, kann sein, Bruder. Ja, nur sperre auf ihm, Digga. Das war sympathisch, Bruder. Aber das hier war ich sympathisch, Digga. Toll war lustig, war lustig. Komm, Bruder. So, wir machen weiter, Bruder. Hasso-Abi. Lan Murat Murat Tipinisiki. Digga. Das ist geil. Guck mal, was du eins geschrieben hast. Mein Cousin hat Scheiße gespielt. Was sagt ihr das? Ich warte es nicht, mein Bruder. Cousin, nimm ja zu mich, Digga. So, entbannen wir auf jeden Fall, Digga. Sympathisch. IG Smomaher. Sch*** in meinen Arsch. Ausrufezeichen Donation. Sch*** in meinen Arsch. Ohne Jambroke hättest du dich mal 10 Zuschauer. Ehrenmann, Digga, an dieser Stelle. Er hat recht, Digga. Er hat recht, Digga. Er hat recht, Digga. Er hat recht, Digga. Er hat recht. Er hat recht. Er hat recht. Hanim ist Kimiski Moduk. An dem Mot, der das siehst, kannst du mich bitte entspannen, es tut mir leid. Kommt nicht mehr vor, ich schwöre, ich benehme mich. Was sagt die Chat, Digga? Könnte man mit Humor nehmen? Bannen, nicht entbannen, äh, toxisch. Sch*** in seinen Arsch. Digga, guck mal, er wollte donaten, glaube ich. Er wollte donaten. Ach, wie ich die Parayolite gezielt habe. Komm, wir heben mal die Sperre auf, Digga. Vielleicht donatet er nochmal. Vielleicht donatet er nochmal. Vielleicht donatet er. So, wir machen weiter, Digga. RL stinkt. Die grad macht k***. Alter, einfach scheiße geputzt. Ja, f***. Malik Siksink. Alle hat scheiße geputzt. Wenn man auf geht, ist der in anderen Stream zu sehen. Ben Bok ussurdum. Ben Bok ussurdum. Ben Bok ussurdum. Ben Bok ussurdum. Das sieg direkt. Ich futz eben K***. Komm, ab Berlin ziehendor. Abobox sind scheiße. Gälder. Wie kattet ihr den? Hab freisch den Schuss gegen Kopf bekommen, als Bruder gespielt hat. Headshot, Gehünderstörung mit 8 oder so. Wenn Bok ussurdum. Sucuk. Ozan, aber wegen deinem Stream kann ich nicht schlafen. Zwischen 0 und 3 oder 4 Uhr soll schlimm sein. Oh mein Gott, Bok ussurdum. Adam, Adam nur ussurdum. Adam nur ussurdum. Adam ussurdum. Adam ussurdum. Adam ussurdum. Adam ussurdum. Adam ussurdum. Adam ussurdum. Berke, was sagst du? Da du ihn persönlich gebannt hast, anbann er's greatest of all time. Der Typ hat den Durchfall entbann ihn. Man muss bedenken, Dika. In dieser Situation trotzdem ist er eine Spring überlegen. Irgend geht raus, Dika. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Dürr. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Dürr, Yasir. Benny-Sick heißt der. Benny-Sick Digga. Dikajid und Baja-Gecz die Stimmung. Baja-Baja-Gecz die Stimmung. Baja-Baja-Gecz die Stimmung. Das kreativ, Mann. Ich sperre auf ihm. Benny meld dich bei mir. Mein bester Aske. Das Angebot noch steht. Vielen Dank.